Hallo liebe 96-Fans, hier ist euer Beppo und ich freue mich auf die kommende Saison mit euch. Zeit mit Familie oder Freunden oder auch gerne mal alleine. Auf jeden Fall für Süßigkeiten. Alles mögliche eigentlich, ein bunter Mix. Das ist jetzt noch ziemlich schwer zu sagen, ich bin ja noch relativ jung, deswegen kann ich das nicht sagen, aber ich hoffe natürlich darauf, Fußballprofi zu werden. Es gibt so viele gute Partien, da kann ich schwer eine sagen.